Nimmst du zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Jetzt suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!